Wir haben ein ganz geheimes Gewinnspiel gerade am Start. Und zwar nicht für euch selbst, sondern für eure Mammis. Wir möchten nämlich von euch wissen, warum eure Mami die Beste ist. Warum ist eure Mami die Show? Das könnt ihr uns verraten, indem ihr entweder ein Foto oder ein Video mit eurer Mami und mit dem Hashtag Mami ist die Show postet oder direkt auf unsere Webseite geht. Da gibt es alle weiteren Infos. Das ist ein ganz tolles Gewinnspiel, wenn ihr eurer Mami was Gutes tun wollt zum Muttertag.